Oh, hebt das Beinchen. Scheiße, ist das dumm. Na, alles im Buddha? Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde Pixelpainters. Mal sehen, was uns heute so erwartet. Richtig. Ich bin gespannt. Genau. Die Konkurrenz ist groß. Und hart. Und hart. Zeh und hart. Wie ein altes Radier-Omi. Ja, was ist es? Schön, wenn wir wüssten, was? Ja. Na? Sportler. Boah, ist das aber ganz schön gelegt, ne? Heftig. Sportler? Was ist das für ein Sportler? Hier mal so ein Typ, der über so eine Hürde springt. So ein Hürdenspringer. Ah, das ist gut. Oder? Das ist gut, ja. Das ist doch egal. Das kann doch ein Strichmännchen sein. Nee, das muss schon was Besseres sein. Lass dich, lass deine Kreativität einfach freien lauf. Ich probiere es. Lass es laufen. Lass deine Kreativität sprudeln. Lass laufen. Lass laufen. Lass laufen, Junge. Weißt du, an was mich das erinnert? Lass krache. Lass krache. Hättest du gesagt? Keine Ahnung. Ich fand das so lustig. Lass krache. Komm, lass krache. Lass krache? Verstehe ich. Ich will den schon so ein bisschen dicker machen. Ja, kannst du doch. Oh Gott, der hat einen geraden Rücken. Der hat einen super geraden Rücken, ist doch cool. Das Problem ist, dass man hier auch nicht die Dicke einstellen kann, ne? Ja, von dem Bleistift, äh, von dem Stift meine ich. Ja. Oh, heb das Beinchen. Scheiße, ist das dumm. Ist das gut, Alter? Ich find's, mein Gott. Ich find's richtig gut. Scheiße. Warum? Ey, das ist wenigstens kreativ. Ja. Wir sind immer wieder einen gut gebräunten Menschen, ne? Ja, immer. 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 So. Pass bitte auf. Oh, scheiße. Scheiße. Kann man rüber. Ja, es geht, ne? Ja. Komm. Hallo? Nicht so oft vielleicht. Was? Das geht nicht? Muss doch gehen. Wer weiß, was ich jetzt mache? Einfach. Schwarz malen. Ja, das ist eine glorreiche Idee. Und mir läuft die Zeit davon. Ja, ist egal. Ja, nun geil, dass der Kopf jetzt auch... Ach, Mann. Das schwarze Springer gibt's doch auch. Dunkle Springer meine ich natürlich. Es tut mir ja leid, Mann. Mann, ich mein, das ist nicht böse. Nicht jetzt falsch verstehen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, absolut nicht. So, jetzt, was machen wir denn für eine Hose? Eine blaue? Nee, das sieht aus wie eine Jeans, ne? Ja. Scheiße, eine grüne. Ach, Mann, Alter, ich laber immer in Scheiß. Na, Mann. Ja, grün ist doch gut. Ja, ja. Was für ein Oberteil, ein rotes? Nee. Blaues. Blau hört sich auch gut an. Was für Schuhe? Gelbe? Mhm. Das ist ja schön farbenfroh. Springt da Regenbogen oder dieses Ding nur drüber. Und das ist doch immer so rot, ne? Oder verwechsel ich das jetzt mit einer Absperrung? Nee, das ist nicht rot, oder? Das ist so weiß und schwarz, oder? Was? So schwarz-weiß gestreift. Nur noch eine Minute? Oh, shit. Oh, shit. Das kriegst du hin. Schwarz, echt? Ja, und so weiß. So, genau so. Ja gut, du hast noch den Hintergrund schnell. Ja, ja, das kriegst du doch hin. Was für eine Farbe? Hellblau? Mach erst mal hellblau, ja. Hier die? Genau. Und dann vielleicht noch den Boden, ne? Genau, und vielleicht noch so einen gräulich oder bräunlichen Boden. Mal gucken. Oder Wiese. Ich weiß nicht, die springen nicht über Wiese drüber, oder? Nein, stimmt. Oh, scheiße. Ich wollte das nicht so weit machen. Gut. Null Probleme. Kriegst du hin? Das ist jetzt in Grau, ja. Ja. Scheiße. Bisschen, naja gut, aber... Ist nicht stimmt, du kennst doch, das ist doch voll cool. Mein Sportler. Ja. Leute, bitte. Bitte seid geledig. Geledig. Oh, okay. Oh, krass, was soll das sein? Sieht auf jeden Fall cool aus irgendwie, ne? Da unten das. Ja? Oh, komm, Kim, was soll die da mit dem hier? Oder den hier? Oh, scheiße, können wir ja nicht ändern. Ach so, okay. Aber sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Ach, hier soll auch laufen, oder was soll. Ah, ja, das könnte sein. Das könnte echt sein. Ach, hier, wie geile Sonne. Wie cool. Das ist schlecht gezeichnet, aber die Idee finde ich gut. Ist echt gut. Ja, ich finde auch die Sonne da hinten lustig. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Schon cool gemacht. Ach, jetzt entscheidet sich's wieder. Ah, okay. Ne, was ist das denn für ein Sportler? Das ist doch Gesichtssport ist das. Einfach nur grinsen. Na, das ist cool. Basketball ist echt eine gute Idee. Alter, das ist echt gut. Ja, ne? Ja. Okay, wir sind frühzeitig schon raus. First oder das hier? Ja, der da hat versucht, die nächsten Szenen zu malen, ne? Ja, gut. Finde ich irgendwie besser. Ja, stimmt, tatsächlich. Ne? Also First, Meda Jungnau, oder wie nennt man das so? Aber wir sind auch immer dabei, tatsächlich. Oh, krass. Okay. Ja, gegen den... Das ist so viel Schwung, überhaupt nicht. Jo, gegen den kommt keiner an. Unser Männchen ist der Superman. Na gut, da werden... Aber im Finale sind wir ja nicht. Nee, echt jetzt? Ach ja. Ja, es ist Finale. Wie gewinnen? Momentan sieht's gut aus für uns. Aber ich... Stechen, stechen, stechen. Und bestimmt der andere, oder? Ja, bestimmt der andere, oder? Oh, das ist spannend. Ah, ja, zweiter Platz. Naja, aber verdient gewonnen. Nee, mit dieser Zeichen, dass du einen Platz gemacht hast. Das ist echt gut, ne? Das ist gut, auch. Ist gut. Auch eine gute Zeichen, muss man sagen. Ja. Ich find das Beinchen schön. Ja, ja, find ich auch gut. Man erkennt das voll. Ja. Voll schön. Okay, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder, ne? Richtig, genau. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zur zweiten Runde. Fossil. Eine Uhr. Da malen wir eine Uhr. Nein, Quatsch. Ich dachte jetzt, nee, nicht im Ernst. Nein. Oh Mann, nee. Ja, aber das find ich irgendwie cool, das Thema tatsächlich. Ja, aber was machen wir da? Ein Krokodil? Ein Fossil? Oder meinen die so ein Fossil wie so ein Knochenfund von Dinosauriern? Nee, nee, nee. Das glaub ich nicht. Aber, nee, doch, das ist das. Reptil ist ein Krokodil. Scheiße. Da schreibt schon immer, jemand how to draw Fossil. Nee, ich würde jetzt echt einen Matschboden machen und da drauf einfach so Knochen oder so. Ja, genau, das sind Dinosaurierknochen. Ja, ja, genau. So gut gefunden, ne? Genau. Das soll der Kopf sein. Aber mal die doch gleich weiß auf so einem Matschgrund. Ja, ich will das weiß ausfüllen. Weißt du? Ach so. Ja. Ja, gut, das ist schlau. Hier ist, kommt dann der Unterkiefer noch. Oh, ja. So hier und dann jetzt die Wirbel. Genau. Ah ja, das ist doch ganz annehmlich erstmal. Da habe ich gerade Reptil mit Fossil verwechselt. Ist doch nicht schlimm. Ist man so in Panik, ne? Ja, ja, genau. Man denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich ein Reptil machen. Jetzt muss ich irgendwas machen, ne? Das Rippenbögen noch. Ja. Wie gesagt, dass ich das erkennen kann. Ist halt schade, dass das so dick ist, ne? Das ist der Pinsel. Ja, aber man erkennt's doch. Und außerdem ist der ein oder andere Knochen nach so ein paar tausend Jahren schon nicht mehr da unter Umständen, ne? Nein, da sind Oberarmknochen. Ja. So. Mine is a dirty fossil. Okay, kann man auch machen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ist doch auch eine Idee. Mine is horrible. Schrecklich. Ja, man muss ja erst mal überhaupt eine Idee kriegen, ne? Ja, eben. Das ist ja das Schwierige. Und man darf ja auch nicht so hart zu sich selbst sein. Man kann ja kein Picasso sein in vier oder fünf Minuten oder was das ist, ne? Welchen Boden wollen wir nehmen? Braun würde ich nehmen. Das ist so matsch, ne? Ich steh mir das... Ja. Ich steh mir das... So matschig, oder? Ja. Ist das gut so? Muss ich das überhaupt noch ausmalen? Ja, lieber isst, ne? Ja? Ja, mach ruhig. Wir haben noch Zeit. Wir haben eine Minute 40 noch. Was soll ich denn dann noch machen? Ähm. Boah, gute Frage. Das geht in der Preis. Das war's, weil... Ja, ja. Das war so heiß, das hier. Genau, und dann kann man wieder nichts zurück machen, ne? Das wäre jetzt tragisch. Klatsch. Klatsch. Dieses Geräusch, ne? Das ist einmalig. Wunderschön. Wunderbar. So, jetzt einmal schnell den Stift. Mh. Bitte. Danke. Das mach schnell das so. Und vielleicht noch so, ähm, ähm, noch so verschiedene Erden, ne? Ach so, so wie ausgebuddelt, ne? So ein bisschen, nee, so ein bisschen, äh, so pixelig, meine ich, ja? Ah, okay. Können wir machen. So ein bisschen Dumpfer jetzt noch, wie das vielleicht? Ja. Oder gibt's auch Erde? Oder ist das Erde? Nee, als ein Backstein, da ist's. So, nee, ich hab's aber euch jetzt auch gerade gedacht. Wunschdenken ist dann doch größer als die Realität, ne? Richtig. Ja, aber das ist doch ganz okay, finde ich. Ja, ne? Oder? Das kann man doch mal machen. Kann man doch mal machen. Ehrlich. Aber ich find das Thema echt nicht so schlimm. Nee, es geht. Ich fand da Cupcake oder so echt schlimmer. Ja, Sportler, ey. Sportler war auch schlimm, ja. Das ist ja echt schlimm, also. Ja, kann man, kann man erkennen auf jeden Fall. Doch, würd ich sagen, oder? Haube ich doch, ja. Doch. Also ich glaub, wenn ich das sehen würde, würde ich schon an Fossil denken. Ja, ne? Ja, doch. Ich bin echt gespannt jetzt, was wir immer machen. Oh, da sind schon die Ersten. Mal schauen, was passiert hier. Ja. Mal schauen, was es hier gibt. Oh, guck mal, da hatten mehrere die Idee. Ah, ja. Tatsächlich. Oh, hey, Komet mit dem Dinosaurier. Ey, das find ich ja cool. Das find ich auch geil. Das ist echt richtig nice. Das ist mal innovatives Denken. Oh, guck mal, wie viele Medaillen. Oh, wie lieb. Echt voll lieb. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das da rechts ist auch gut. Das ist mega gut. Echt gut, wow. Boah, ey. Das wird bestimmt gewinnen. Ja. Nur der andere, dann ist es ja auch nur mitgegeben, ne? Ist ja auch okay. Ja. Minion? Das ist Minion, da? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Das ist ja was wie Minion, aber was soll das hier sein? Hä? Was ist denn überhaupt das? Ausgeschütteter Joghurt? Ich weiß es nicht, das hier. Ja. Das ist nicht. Ich war zu spät. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Zumindest erkennt man Klochen. Ja, genau. Finde ich auch ganz gut. Tatsächlich. Was ist denn das da unten? Das ist ja. Ich erkenne es leider nicht. Hm. Ich weiß auch nicht. Oh. Ist schon wieder Finale. Da bin ich ja jetzt echt gespannt. Kann man die noch in der Stimme? Ja. Oh, sieht gut für uns aus. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich freue mich. Ja. Ach, das war noch gar nicht Finale. Das war noch gar nicht Finale. Fini Finale. Ach so. Ja gut, dann das mit den Knochen. Ich finde das immer cool, wenn jemand so Schattierungen macht. Ja, ja. Finde ich auch. Und die Schattierungen echt nice. Ja, ja. Das ist schon nicht schlecht. Nee. Muss man echt zu sagen. Ja. Jetzt ist Finale. Jetzt ist Finale. Und? Oh, es sieht gut für uns aus. Ja, ja. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Jetzt werden wir uns auch freuen, glaube ich. Oh Mann. Gewinnen wir das? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Juhu. Yes. Yes. Dafür, dass ich am Anfang studiert meine Wäsche. Ist doch noch was Schönes draus geworden, ne? Ja, stimmt. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare. Und ja. Was man verbessern könnte oder was. Oder lasst einfach eine Bewertung da. Egal ob positiv oder negativ. Ja. Und? Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.